Doppelnennung, Gendersternchen, Doppelpunkt, Schrägstrich, Binnen-I? So viele Möglichkeiten, aber kein Plan, was du verwenden sollst, um geschlechtergerecht zu schreiben? In diesem Video bringen wir etwas Klarheit in deine Verwirrung und zeigen dir verschiedene Möglichkeiten, wie du geschlechtergerechte Texte verfassen kannst. Warum brauchen wir überhaupt geschlechtergerechte Sprache? In der deutschen Sprache wurde lange wie selbstverständlich das generische Maskulinum, also die männliche Wortform, genutzt. Es wird von Studenten, Dozenten, Kommilitonen und Professoren gesprochen. Aber Moment! Was ist mit Frauen und nichtbinären Geschlechtsidentitäten? Diese werden nicht direkt angesprochen und können sich dadurch benachteiligt fühlen. Mit geschlechtergerechter Sprache kannst du dafür sorgen, dass sich alle angesprochen fühlen. Eine einfache Möglichkeit, geschlechtergerecht zu schreiben, ist, geschlechtsneutrale Begriffe zu verwenden. Statt Lehrer oder Lehrerin schreibst du einfach Lehrkraft. Statt Student oder Studentin verwendest du das Wort Studierende. Easy, oder? Geschlechtsneutrale Schreibweisen gibt es aber leider nicht für alle Wörter. Deswegen gibt es zum Glück noch weitere Möglichkeiten. Eine davon ist die Doppelnennung. Dabei schreibst du sowohl die männliche als auch die weibliche Form in deinen Text. Veranschaulichen wir es mal an einem Beispiel. Du schreibst also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Autorinnen und Autoren. Aber Vorsicht! Diese Schreibweise hat den Nachteil, dass sie Personen ausschließt, die sich nicht den binären Geschlechtern weiblich und männlich zuordnen. Um mit deinen Texten Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht anzusprechen, kannst du auch verschiedene typografische Zeichen nutzen. Es gibt viele dieser Zeichen. Wir stellen dir hier als Beispiel das Gendersternchen und den Gender-Doppelpunkt vor. Doch wie funktioniert das nun genau? Das Gendersternchen oder den Doppelpunkt setzt du immer zwischen die männliche und weibliche Wortendung bzw. den männlichen und weiblichen Artikel. Klingt kompliziert? Lass es uns kurz an einem Beispiel erklären. Nehmen wir wieder das Wort der Wissenschaftler. Du schreibst also der, Sternchen, die, Wissenschaftler, Sternchen, in bzw. der, Doppelpunkt, die, Wissenschaftler, Doppelpunkt, in. Gar nicht so schwer, oder? Es gibt noch viele weitere Schreibweisen, die du verwenden kannst, um geschlechtergerecht zu schreiben. Wichtig ist, dass du dich in deiner wissenschaftlichen Arbeit für eine Schreibweise entscheidest und dann auch einheitlich dabei bleibst. Geschlechtsneutrale Begriffe kannst du natürlich immer nutzen. Scheue dich nicht, mit deinen betreuenden, dozierenden Rücksprachen zu halten, wenn du dir bei deinem Schreibprojekt unsicher bist, wie du geschlechtergerechte Sprache umsetzen sollst. Mach mit! Lass uns gemeinsam mit unserer Sprache zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft beitragen. Bis zum nächsten Mal! ZERSNAME Mercedes-Benz Untertitelung des ZDF, 2020